In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Dr. Daniela de Ridder von der SPD-Bundestagsfraktion. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Frau de Ridder, der Fall Nawaldi bewegt die Gemüter auch 48 Stunden nach einer ziemlich kraftvollen Demonstration der Bundesregierung. Sie hat das ganz große Rad gedreht, wenn wir es mal salopp sagen würden. Moskau mauert aber, was nun? Nun, es gilt, was Sie eben schon in Ihrem Einspieler gesagt haben, dass der Dialog fortzusetzen ist. Und alle, die jetzt über Nord Stream 2 reden, das werden wir ja noch zu thematisieren haben, müssen sich klar machen, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das nicht sanktionsgeeignet ist. Frau de Ridder, eine europäische Antwort wird neben dieser deutschen Antwort auch immer wieder in Aussicht gestellt. Nun gab es nach sehr langen 24 Stunden gestern Abend so ein Statement des EU-Außenbeauftragten Borrell, die Sanktionen möglicherweise nicht mal den Begriff in den Mund nimmt, sondern Maßnahmen in Aussicht stellt. Eine kraftvolle Antwort sieht anders aus. Das würde ich so nicht unterstreichen. Ich denke, dass es richtig ist, dass wir ja schon Sanktionen haben, über die wir vielfach auch diskutieren, auch in ihren Auswirkungen diskutieren. Denken Sie bitte daran, dass wir schon Maßnahmen ergriffen haben, als es darum ging, wie sich Russland auf der Ukraine, auf der Krim verhalten hat. Das ist schon sanktionsbewehrt. Und diese Sanktionen müssen wir in ihren Wirkungen richtig analysieren. Die haben schon erhebliche Wirkung entfaltet auf die russische Wirtschaft. Nicht, dass sie sie bereits in die Knie gezwungen hätte, aber man kann auch nicht sagen, dass diese Sanktionen wirkungslos geblieben sind. Wir müssen uns die Zeit nehmen, die Mühe machen, die Folgen dieser Sanktionen zu prüfen und dann überlegen, was sind die Konsequenzen, die wir daraus ableiten. Mein Kollege Nils Schmid hat ja schon darauf verwiesen, dass es auch weitere Möglichkeiten gibt, die auch entsprechende Personen berühren. Beispielsweise Vermögen einzufrieren oder Visa nicht mehr zu erteilen und damit auch die Bewegungsfreiheit zu reduzieren. Ich glaube, das könnte ein sehr wirkungsvolles Mittel sein. Weil Sie Ihren Parteikollegen und Fraktionskollegen gerade angesprochen haben. In der Tat gibt es ja ein etwas breiteres Meinungsbild in der SPD. Das hat der Beitrag, den wir eben gezeigt haben, durchaus auch dokumentiert. Es gibt diese lange Tradition seit Willy Brandt, auch nochmal die Begrifflichkeit Wandel durch Annäherung. Aber trotzdem gibt es auch die, die sagen, lass uns jetzt Nord Stream 2 auf den Prüfstand stellen, auch aus Ihren Reihen. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, dass nach wie vor das Prinzip Wandel durch Annäherung ist das, was wir forcieren sollten. Wenn wir den Dialog aufkündigen, auch in schwierigen Situationen wie der jetzigen, dann haben wir verloren. Wer den Dialog beendet, der beraubt sich selber der Chancen und Möglichkeiten der Einflussnahme. Und deshalb ist dieser Dialog eine unbedingte Fortsetzung. Sicher, es gibt auch kritische Stimmen zu Nord Stream 2, auch in meiner eigenen Fraktion, auch in meiner eigenen Partei. Aber alle, die da jetzt ein Fragezeichen markieren, müssen über Alternativen nachdenken. Und die Alternativen in einem Hochverbraucherland, wir sind industriepolitisch auf ganz starke Unterstützung angewiesen, die müssen darüber nachdenken, welche Alternativen es gibt. Und wenn wir uns zwingen lassen, in eine Rhetorik, die beispielsweise Herr Trump, der uns ja auch sein Öl und Gas andienen möchte, und das auf nicht sehr sanfte Art, etwa indem republikanische Politiker Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern versuchen zu erpressen, oder aber Golfstaaten als Lieferanten für Öl und Gas betrachten, die auch nicht unbedingt alle lupenreine Demokraten sind oder lupenreine Menschenrechtler, da muss man schon wissen, worüber man spricht, wenn man dann Nord Stream 2 aufkündigen möchte. Ja, Frau Derrida, Sie sagen, wir brauchen den Dialog, das weiß natürlich, und wir brauchen auch diese wirtschaftliche Kooperation, das weiß natürlich auch Herr Putin. Es war aufgefallen, wir haben das auch gezeigt, dass Herr Maas bei seinem Statement am Mittwochnachmittag der Bundesaußenminister nur davon gesprochen hat, dass er den russischen Botschafter eingeladen hat und nicht einbestellt hat, wie eigentlich der diplomatische Sprachgebrauch wäre, gerade in so einer besonderen Situation. Sind wir zu zahm? Das würde ich nicht sagen. Auf dem diplomatischen Paket ist es völlig unabhängig davon, ob man jemanden einbestellt oder einlädt, wenn man dann klare Worte im Gespräch findet. Und ich kann nichts naiv daran finden, auch in Richtung der Opposition noch mal deutlich gemacht, dass man für Aufklärung und Transparenz und für Strafverfolgung der Täter sorgt. Denn hier ist ein Verbrechen geschehen an Alexei Nawalny, der, wie gesagt, jetzt hier in der Charité unweit von diesem Studio, in dem wir das Interview führen, liegt. Und ich hoffe, dass der gesund werden kann, ganz schnell. Aber das ist ein Verbrechen, das es zu verfolgen gilt. Und wenn man das einfordert, ist es nicht naiv, sondern genau das Richtige und die richtigen Worte, die da gefunden wurden. Das war die Wortwahl in den Reihen der Opposition. Jetzt nicht meine, nur um das noch mal klarzustellen. Frau Derrida, wir haben noch einen Player gar nicht bedacht, der sich aber auch recht schnell gemeldet hat, aber auch noch nicht so richtig zum Punkt gekommen ist. Das ist die NATO. Der Pakt, der im Grunde genommen auch eine große Kraft entfalten kann, wo es ja auch lange eine Sprachlosigkeit war. NATO-Russland-Rad auf Eis gelegt. Jetzt sagt Herr Stoltenberg, die Verwendung von einem Nervenkampfstoff bedrohe auch mehr oder weniger den Weltfrieden und ist ein gefährlicher Akzent. Heute eine Sondersitzung in Brüssel. Was erwarten Sie genau? Also wie muss da die Antwort kraftvoll lauten? Nun ja, also die NATO mit Herrn Stoltenberg muss vorsichtig sein, wie sie das einordnet. Ja, es ist richtig. Wir haben eine klare Haltung zu ABC-Waffen und die Chemiewaffen. Die, und Herr Stoltenberg sagt eben, dass Novichok eine Chemiewaffe ist, dann hat das auch entsprechende Konsequenzen und dann muss das eben auch diskutiert werden. Wir sollten uns aber, und das ist möglicherweise auch etwas, was in den Reihen der NATO diskutiert werden wird, hüten vor einer Eskalation. Es ist mit Blick auch auf Weißrussland, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ohnehin sehr sensibel. Und wir sollten nichts tun, was den Dialog gefährdet, was die Verständigung gefährdet. Und Wandel durch Annäherung ist auch ein Prinzip, was in der NATO gelten sollte. Wenn Sie gestatten, würde ich auch gerne nochmal auf die OSZE verweisen. Auch die hat möglicherweise die Funktion, den Dialog nochmal fortzusetzen. Ich bin Mitglied der Parlamentarierversammlung der OSZE. Hier ist das eines der ganz, ganz wenigen Gremien, in denen die Russen überhaupt noch mit vertreten sind. Und ich glaube, wir sollten uns auch eher hier bemühen, mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Duma das Gespräch wieder aufzunehmen, zu intensivieren, aber auch deutlich zu machen, wie brandgefährlich Giftanschläge oder chemische Anschläge auf Oppositionspolitiker sind. Gut. Sprechen ist besser als schweigen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute bei Phoenix Dr. Daniela de Reda, die stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, SPD-Bundestagsfraktion. Dankeschön. Nach Berlin. Ich danke Ihnen.